Ulrike Riedl, als Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin der BLG freut es mich besonders, dass bei der nächsten Sushi Bowl das Thema Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Denn bei der Logistik kommt es nicht nur auf technische Lösungen an oder auf Logistikketten, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, dass die Menschen im Unternehmen und auch unternehmensübergreifend gut zusammenarbeiten. Und das macht in der Regel den Erfolg aus. Und von daher wird es mit Sicherheit eine spannende Diskussion.